Hallo, ich bin der Kai. Hallo, ich bin der Kai. Ich freue mich sehr in Kralsheim zu sein und freue mich auf die Saison vor allen Dingen. Ich bin jetzt seit knapp drei Monaten in der Stadt und habe eine ganz tolle Zeit hier bisher. Eine gute Zusammenarbeit mit Ingo und mit Martin. Jetzt werde ich hier wohl gedrückt. Ich bin ein gebürtiger Berliner, habe die letzten beiden Jahre in Chemnitz verbracht und freue mich einfach hier zu sein. Hallo, wass up, wass up, wass happening? Es ist Jordan Callahan, aka Kali. Checking in from Kralsheim. How you doing? What's going on? We're ready for the season. Hope you are. Tune in. Ich bin Leon aus Berlin, bin jetzt hier in Kralsheim bei den Merlins. Und ja, was soll ich noch sagen? Letztes Jahr in Braunschweig gespielt. Ich freue mich auf die Saison auf jeden Fall. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Es ist ja die Fälle oder die Fußballspieler, was wir waren. Ich habe noch nicht Spaß beim Spiel. Es ist sehr gut. Aber erst mal den Tag mit der Freude. Hallo, ich bin Konrad Visocchi, der neue Flügelspieler hier bei den Kreisheim Merlins. Wir freuen uns alle schon auf die große Herausforderung dieser Saison. Ich denke, wir haben eine gute Mannschaft beisammen und können es kaum erwarten, dass die ersten Spiele losgehen. Ich muss sagen, wir sehen alle recht gut aus. Heute treten wir uns ein ganzes Team. Wollen Sie sagen, dass wir geserven lassen? Nein. Wir haben noch vier Wochen vor uns. Da werden wir viel, viel arbeiten müssen und viel schaffen müssen. Aber die ersten zwei Wochen waren vielversprechend. Wir haben bisher unsere Spiele alle gewonnen. Wir sind recht gut hier vorne. Ich freue mich, dass wir zum Verletzten wieder da sind. Und wir freuen uns auf unsere ersten Einspieler und können es kaum erwarten, dass die Saison endlich das sieht. Ja, Romic hier, Chef von dem Stall namens Kreisheim Merlins. Und ich freue mich auf die neue Saison und schaut bitte, dass ihr alle zu uns kommt und uns unterstützt in der nächsten Saison. Dankeschön. Hallo, ich bin Patrick Flomo. Ich bin hier mit meiner Mitarbeiter, Conrad und alle Jungen. Ich bin hier als Profi-Basketballspieler. Ja, super. Ich hoffe, der Kapitän der Mannschaft und freue mich auf die neue Saison. Und wir sehen uns gleich.